Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Aquarium Skis. Heute ist der 7. Dezember und der 2. Advent. Ja, ich nehme heute auch erst auf, es kann heißen, es kann erst später kommen. Mir ist was aufgefallen, wir haben natürlich das Wichtigste nicht, wir haben ja schon einen großen Tisch, da drin zu stehen, aber das Wichtigste fehlt. Rosen sind da drin, schon klar, aber nicht das, was ich jetzt wollte. Und los. Nasen. Gibt's ne Fichten, gut. Und Kerzen. Mal gucken, wie wir die machen, Ker. Die gibt's ja hier auch. Carpenter, Bienenwachs, haben wir und Faden und Wasser gut, machen wir gleich. Wir machen dann vier Kerzen. Obwohl, eigentlich fährt es doch auch schön hier in der Mitte, den soll zu haben, ne? Ich mach hier mal ne Stufe, lass nur die Treppe hin. Drei hoch soll es ja werden. So, das. Der Hof soll ja noch höher werden. Der Hof soll ja offen sein, eigentlich. Deswegen baue ich mich jetzt hier so hoch. Ich glaube, besser nach oben erstmal. Dann wird natürlich noch höher. Und was mehr hat mich jetzt runtergejagt. Ich weiß schon was. Das ist T7, Diff, Frequery, T0. Gut. Dann hab ich's gleich so gemacht. Wir haben gleich voller Rot. Über Blau. Und dann esse ich mal was. So, hier ist gut. Wo wir grad sind. Da baue ich dann gleich Leitern ran. Jetzt will ich hier mal ran kommen gleich. Also dann baue ich Leitern hoch. Ich geh jetzt Kerzen machen. Nein, Wolle erstmal. Und Rot. Wolle. Genau. Rot. Ja. Wie machen wir Rot. Aus Blumen. Roter Wolle. Ach. Hammer. Kriegen wir drei. Mace-Water kriegen wir vier. Gut. Guck ich mal, ob wir noch rote Rosen haben. Na gleich. Mace-Water ich. Na, weil mach ich dann gleich die Kerzen. Haha. Haha. Hier entkommt mir nicht so leicht. Warte, sind da jetzt Blumen wieder drauf? Ja. Aber leider keine rosa. Er sieht da schon die neuen. Bäume, die ich gepflanzt habe. Da sind Rosen. Mace-Water werden wir gleich. Bienenbugs. Hier pulverweiser. Und. Äh. Habe ich hier nicht. Die Kiste schon voll? Aber heilig. What? The fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So für Redstone wieder mal. Durch den Scheißgeschenk. Rucksack. Und. Dann holen wir mal gleich Fahnen raus. Ah. In ein Stack. Und mehr Bienenwachs. Wurst wir doch, dass wir noch mehr haben. Rosenrot. Können wir jetzt 20 mal 8 machen. Den jagen wir jetzt weiterhin durch. Schreinerei dürfte sein. Bienenwachs kriegen wir aus dem Stink. Und so. Bienenwachs kriegen wir aus dem Stink. normalen. Nur malen. Wovon wir noch am wenigsten haben. Hier kommen nur die tropfenden. Ja, raus. Gut. und Wasser. Einen Eimer. Ich weiß schon, wo ich Wasser kriege hier. Sogar relativ zügig. Gut. Hier muss ich unbedingt mal zubauen. Und. Und. Wir haben schon 48. Kerzen. Und das ist so. Das weiß ich. Die wollte ich jetzt aber mit Absicht nicht erstellen. Ich brenne Kerze. Bienenwachs. Außer 24. Und sonst werden nur 6 rauskommen. Ist schon so besser, ja. Wir wollen ja, dass die lang genug brennt. Dann reicht das Wasser nicht. Naja. Aber ist ja auch uns egal jetzt. Wir sind bei fast 10 Minuten. Den Adventskranz, den bauen wir heute hundertprozentig noch. Wenn wir haben. Wir wollen. brauchen wir 8x20 dürften 3 Stackswöcker sein dann können wir nämlich rote die sägen wir dann auch ein bisschen sag dich halt 3 Stacks ein bisschen weniger bitte darf die säge machen wir nochmal eine dünne Platte mit den Platten machen wir mal forsten gut ein paar Platten wollen wir auch noch behalten so Leitern wollte ich mitbringen eine Strickleiter reicht uns aus denn wir gehen jetzt mal kurz schnell in G-Mod 1 um hochzufliegen erschien uns ja nichts um Grund nehme ich jetzt dafür sogar das Holz hier löchere ich komplett bitte und dafür die Leitheit ist weniger wert G-Mod 0 weil können wir jetzt nämlich hier hochklettern und hier anfangen besser mit dem los r d r r r Vielen Dank. Okay, warte. Ich krieg das sonst nicht hin. Ich krieg das sonst hin. Wir wollen das hier. So, jetzt auch mal. So, jetzt haut es genau hin. So. So. So, genau. So. So, machen wir jetzt die Leiter weg wieder. So. So. Das machen wir jetzt. So. 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 ein bisschen länger. Und hier können wir die ja nachstellen. Die abgebrannten bereits. Hier. Löcheln. Den Fallschein nehme ich jetzt im Kauf. Dann müssen wir hier. Das hätte ich auch nochmal löcheln sollen. Dann Feuerzeug. Die Leiter. Wir fliegen jetzt noch einmal hoch. T. Game Mode 0. Bitte zum Hochklettern der Kerzen anzünden. Eins. Zwei. Brennen die zwei Kerzen. Ist ja auch doof. Ach so kommen die Löcheln. Und jetzt wird sie an. Gemacht. Bitte. Zwei brennende Kerzen. Für zweiter Advent. Das war's für heute mal wieder. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.